Hallo FC Schalke 04 Fans! Was meinte Gerärz mit seinem Lob für Brunner? Hat er einen geheimen Plan? Hinterlassen Sie ein Gefällt mir für dieses Video, das sehr wichtig ist, damit Sie die neuesten Nachrichten von Schalke 04 aus erster Hand erhalten. Der FC Schalke 04 hat einen hart erkämpften Sieg gegen Wien-Wiesbaden, 1 zu 0, errungen und ist damit etwas weiter davon gekommen Abstiegsplatz. Doch was die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zog, war die Haltung von Trainer Karel Gerärz nach dem Spiel. Er lobte einige Spieler sehr, insbesondere Cedric Brunner, der auf der rechten Seite eine unregelmäßige Leistung zeigte. Cedric hatte ein sehr gutes Spiel. Er war stark und der Boss auf der rechten Seite, sagte Gerärz und ließ viele Fans verwirrt zurück. Schließlich versäumte Brunner einige entscheidende Spielzüge und hätte die S04-Abwehr beinahe geschwächt. Hat Gerärz ein anderes Spiel gesehen? Versucht er, seinen Spieler zu schützen? Oder steckt hinter diesen Komplimenten ein geheimer Plan? Die Wahrheit ist, dass die S04-Spiele eine niedrige Moral haben und Unterstützung brauchen, um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Vielleicht versucht Gerärz, das Selbstvertrauen von Brunner und den anderen Spielern zu stärken, damit sie in den nächsten Spielen mehr Leistung bringen können. Oder vielleicht bereitet er einen taktischen oder Aufstellungswechsel vor und möchte seine Gegner überraschen. Was meint ihr, S04-Fans? Stimmen Sie Gerärz, Lob für Brunner zu? Glaubst du, er hat einen geheimen Plan? Hinterlassen Sie unten Ihren Kommentar und lassen Sie uns dieses Thema diskutieren. Und vergessen Sie nicht, den Kanal FC Schalke 04 Nachrichten heute zu liken und zu abonnieren, um über alle Neuigkeiten zu Ihrer Lieblingsmannschaft auf dem Laufenden zu bleiben. Bleiben Sie dran, denn bald gibt es weitere Neuigkeiten zu S04. Glück auf!